Freunde, was geht ab und willkommen zu einer weiteren Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und bevor wir das Video starten, erstmal vielen Dank für die ganze positive Resonanz in der letzten Zeit und ja, um natürlich nichts zu verpassen, Leute, ich sag's immer wieder, nur 70% der Leute, die folgen mir bzw. haben mich noch gar nicht abonniert und die checken die ganze Zeit diese Videos ab. Auf Ehre, wenn ihr einfach auf diesen Abo-Button drückt, dann seht ihr noch mehr geilere Videos, ihr könnt noch mehr geilere Songs sehen und es wird einfach geiler, Leute. Deshalb, Glocke aktivieren, abonnieren, liken und kommentieren, Freunde, das ist ganz, 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 ganz schnell, das geht in 10 Sekunden und wenn ihr noch richtig ehrenvoll seid, dann gönnt euch das Video von Anfang an bis zum Ende und ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Leute, in diesem Video wird's natürlich jetzt ein bisschen cool, denn ihr wisst ja ganz genau, dass wir immer die ein oder anderen Probleme haben, das heißt, wenn ich von hier zum Beispiel jetzt in den Zoo möchte, Leute, es dauert immer so lange oder allgemein, wenn ich von A nach B möchte, egal wo ich hin möchte, es ist immer lange. Deshalb habe ich gedacht, baue ich eine Untergrundstation bzw. eine ganz normale Uber-Station. Ja, Leute, im Live-Sinn würde ich das dann mit euch natürlich immer weitermachen, aber ich würde sagen, den Grundriss und den Anfang würden wir jetzt einfach mal bauen zusammen und was natürlich gut aussieht, sind auf jeden Fall hier diese Dinger. Ich werde erstmal kurz mal meine Rüstung anziehen und hier Blöcke kaufen, 1, 2, 3, 4, so, ich glaube, das erste, das ist erstmal gut. Gut, so, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Light Grey, dass das so ein bisschen entspannter aussieht, aber wir haben auch nicht mehr so viel Cash, aber das ist ja gar kein Problem, das können wir ja ganz, ganz schnell farmen. So, brauchen wir noch irgendwas Wichtiges? Ich würde noch sagen, Schwarz könnte man noch echt gut gebrauchen. Schwarz können wir noch nehmen, die schmeiße ich mal hier erstmal weg, dieses ganze Schwarz machen wir uns auch noch so und das sind erstmal so die Blöcke, die wir benötigen. Treppen und Co., das können wir alles daraus machen. Quarz, sehr, sehr wichtig, Quarz, damit wir geile, geile Treppen machen, deshalb nehmen wir uns auch auf jeden Fall Quarz mit. So, meine Lieben, und jetzt brauchen wir natürlich eine ganz, ganz gute Stelle, wo wir den Eingang bzw. halt den Anfang machen, wo es überhaupt runter geht. Da habe ich halt gedacht, wie wäre es denn so, wenn wir das Ganze hier irgendwo in der Mitte machen. Cool wäre es natürlich, wenn ich hier den Bereich nutzen würde, wenn wir einfach mal hier den Baum weg machen würden und hier diesen Eingang machen würden, dass ich sagen würde, okay, hier geht es runter. Und ich glaube, das mache ich auch, deshalb erstmal hier auf Ehre den Baum weg machen. So, der Baum muss weg. Ja, es ist sogar ganz okay, wenn wir das hier neben meinem McDonalds machen, denn viele Leute, die dann mit U-Bahn und mit Herbo, die wollen natürlich auch direkt was essen. So. Und ich tratze. So. Und so sieht das Ganze auf jeden Fall fürs Erste aus, ne, die Bäume sind weg und jetzt würde ich schon sagen, machen wir hier sozusagen einen Eingang, ne. Wir machen dann hier die zwei Treppen oder wollen wir vierer Treppen machen, immer 1, 2, 3, 4. Das wird am geilsten aussehen, das heißt, wir fangen hier mit dem ersten Block an, wir nehmen jetzt mal ganz kurz hier. Den Block, 1, 2, 3, 4 und hier den Block. Ich glaube, das ist auch von der Fläche ganz okay. So, also bedeutet, hier fangen wir an. So, da geht es hier erstmal runter. Oh, das wird jetzt ganz, ganz, ganz viel sein, Leute. Das wird jetzt nicht einfach. So, was heißt, so muss das Ganze aussehen. Gut, dass wir so eine geile Schaufel, äh, Schaufel haben, dass das hier so schnell wegkriegt alles. Finde ich sehr, sehr stark. So. Okay. Jetzt müssen wir natürlich unsere Blöcke da hinstellen. So. Einmal. Ah, 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 ah. So, dass wir auch natürlich hoch und runter können. Ähm, ja, so wird das Ganze dann aussehen, dass wir dann hier runterkommen. Und es, es muss schon ein echt, echt Landertunnel sein. Also es muss schon ein bisschen weiter runtergehen. Das ist schon wichtig, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt alles bauen hier. Und, äh, ich sag euch, das wird geil aussehen. Weil ich hab etwas im Kopf, Freunde. Und ich sag euch mit Ansage, das wird richtig gut aussehen. So. Aber jetzt, wenn wir schon eh dabei sind und hier ein bisschen bauen, dachte ich, rede ich mal ein bisschen mit euch. Und erzähle euch so, was bei mir jetzt ein bisschen passiert ist. Denn wir wollen ja nicht natürlich, dass hier alles langweilig ist und ihr einfach nur seht, wie ich hier baue. Sondern hört mir einfach auf Ehre zu, Freunde. Ich erzähle euch so ein paar Storys, die mir in den letzten Tagen passiert sind. Und ich glaube, das würde euch auf jeden Fall auch interessieren. So. Was mir auf jeden Fall passiert ist, liebe Freunde. Ne, ich, ähm, war in Malta. Die letzte Woche war ich in Malta, ne. Und, äh, es war ohne mal geil. Wir waren mit Sue, mit Amir, mit Stace und mit ein paar Freunden von mir. Und es hat richtig Bock gemacht, Leute. Wir haben da die ganze Zeit gechillt. Die Sonne war da, Leute. Wir haben coole Leute gesehen. Wir haben wirklich so viel gelacht. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte auch ehrlich gesagt zuerst einen Vlog machen. Hab mir aber dann gesagt, ne, komm, das ist mein Urlaub. Ich will den mal ein bisschen gönnen. Und daher gab es dann natürlich auch hierzu keine, ähm, keine, äh, kein Vlog. Aber nichtsdestotrotz konnte ich natürlich da Daily Videos weiterhin raushauen, ne. Habt ihr ja gesehen. Kam auch sehr, sehr gut an. Wofür ich mich auch mega bei euch bedanken möchte. Weil der YouTube läuft gerade so gut bei mir, Leute. Und das war immer mein Traum. Einfach neben dieser ganzen Musiksache und so einfach auch ein bisschen Gaming-Content zu bringen. Denn ich bin Gamer. Wirklich. Ihr glaubt nicht. Hugh und ich, seitdem wir klein sind, seitdem wir Babys sind, haben wir immer gezockt. Wir haben damals, als ich in eurem Alter war, Leute, ne. Ich bin ja jetzt sehr, sehr alt schon mittlerweile. Als ich in euer Alter war, haben wir super nett dann nur gezockt. Das war einfach, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das war so geil. Okay. Ich finde, so von der Tiefe her müsste das eigentlich ganz okay sein. Ne, wenn wir dann die Treppen hier fertig gemacht haben. Also, dass man hier so runter geht. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier die Station. Ich finde auch hier diesen Viererblock sehr nice. Und den müssen wir jetzt natürlich in der Höhe auch weitermachen, Leute. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal die ganze Zeit geradeaus weiterbauen. Und ich zeige euch dann genau, was ich da geplant habe. Also, es wird euch auf jeden Fall gefallen am Ende. Und wir werden natürlich so versuchen, dass wir von hier aus auf jeden Fall zu den ganzen anderen Stationen kommen. Weil wir werden da auf jeden Fall so eine Minenkarte hinmachen, wenn man die so nennt. Minen-Waggon-whatever. Ihr wisst, was ich meine. Und dann mit Redstones und Bremsen und Hassel nicht gesehen. So, dass man einfach richtig, richtig schnell dahin kommt. So, das wird hier auf jeden Fall der Bodenbereich sein. Das heißt, man kommt hier dann hier hoch. Wird da hochkommen. Hier kommt man runter. Und diese Vier werden hier die Mitte abgeben. Wir werden natürlich einen Gleis links haben und einen Gleis rechts haben, Freunde. Damit man auch in verschiedene Richtungen kommen kann. Und dann werde ich auch natürlich aufschreiben, wohin es geht, wohin man hin kann und was die nächste Station wäre. Damit Leute es einfach schneller haben und nicht so lange brauchen. So, weiter, 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 weiter. Und wir müssen natürlich mehrere U-Bahn-Stationen machen. Das wird natürlich auch eine klasse Herausforderung sein. Aber ich glaube, easy game für uns, oder, Freunde? Nichtsdestotrotz, was ich auf jeden Fall für die Zukunft geplant habe. Ich bin jetzt auf jeden Fall diese Woche am Samstag auf einem Charity-Event. Da werden sehr, sehr viele CB-Promis kommen. Also Leute von RTL, Leute von Ex-Fußball-Profis. Also ihr müsst euch das angucken. Und ich glaube, dort werde ich auf jeden Fall einen Vlog drehen. Denn ich werde selber dort auftreten und auch Fußball spielen. Und ich glaube, die ein oder andere Person hier wird das voll feiern, Leute. Ich weiß auch, dass sehr, sehr viele von euch kommen werden. Denn viele haben mir auf Instagram geschrieben, alter Kian, ich komme auch dahin. Wir haben uns Tickets geholt. Und das Ganze ist natürlich auch sehr schön, denn die Tickets werden für einen guten Zweck gespendet. Das heißt, der Inhaber bzw. der Veranstalter wird die Tickets nicht irgendwie für sich behalten und sich denken, geil. Sondern er wird das natürlich an wir helfen, Kinder spenden. Und deshalb bin ich da auch sehr glücklich, dass ich da mitmache und das Ganze ding supporte. So, meine lieben Freunde. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich würde sagen, so ungefähr noch, ja, so viel. Und dann haben wir das Ganze jetzt auch erst mal. Dann haben wir fürs Erste hier unsere Hauptdinger fertig. Schaut mal, so bis jetzt, so sieht das Ganze aus. Also man würde sich denken, hä, Kian, was hast du hier vorbereitet, was hast du hier geplant? Aber macht euch da gar keinen Kopf. Denn jetzt wird es natürlich erst richtig geil. Das wird die Treppe gleich sein. Das werden wir noch mit Quarz beschmücken. Wichtig ist, glaube ich, dass wir, wenn wir hier die Treppe haben, dass wir auch die Wände hier, also sprich hier, statt Erde, sage ich mal hier, nicht Quarz hinmachen, sondern einfach weißen Stein. Das wird, glaube ich, am besten aussehen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir wollen ja, dass es schön aussieht. Und nicht irgendwie Kacke. So, schaut es euch an. Das wird auch ein ganz anderes... Ah, wir werden auf jeden Fall... Wir können ja die Wand hier machen. Wir können ja diesen Skill machen. Wie ging das nochmal? Mit Alt. So, genau. Guck mal. Ey, das ist... Das ist so ein Vorteil, dass man das machen kann, ne? Also, ich sage euch ehrlich, das ist so geil. So. So. Die ganze andere Wand müssen wir jetzt auch machen. Ihr müsst mal auf jeden Fall schreiben, was für andere Projekte ich... Oh, oh, oh. Das wollten wir nicht. Ihr müsst mir auf jeden Fall schreiben, was für andere Projekte ich auch noch machen soll, Leute. Weil das wird natürlich nicht die einzige Sache sein. Wey! Nice! Das ging schneller als gedacht. Feier ich. So, die können wir eigentlich hier wegmachen. So, dann können wir hier... Das hier, die eine hier noch wegmachen. Dann können wir hier noch eine Wall-in-Banner. So. Dann machen wir so. Dann machen wir hier noch. Das weg. Bam, bam, bam. So. Wir haben auf jeden Fall unseren Eingang, sage ich mal, fertig, ne? Also, ihr müsst euch vorstellen, hier geht's dann rein. Ganz easy, ganz nice. Hier wird dann die Quarztreppen sein. Hier gehst du dann einfach entspannt rein. So. Und hier wird dann natürlich unsere... Ähm... Unser Eingangsbereich sein. Den werden wir auch auf jeden Fall hier mit grauem Stein dann machen. Und jetzt, meine lieben Freunde, da wir links und rechts sehr, sehr viel Platz brauchen, müssen wir das Ganze leider jetzt auch nur auf der anderen Seite machen. Aber Gott sei Dank geht das ganz, ganz schnell. Ähm... Und da können wir auch Stein lassen, ja? Weil es, wie gesagt, Untergrund ist. Das ist gar kein Problem. Das heißt, das müssen wir gleich nicht in irgendeiner Art und Weise ändern. Ich überlege gerade nur, wie viele genau machen, dass das ein bisschen halt gut aussieht. Ich würde sagen, guck mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5... Also, 4 könnte man eigentlich machen. Ja, 4 ist okay. 4 sieht fresh aus. 1, 2, 3, 4. So. Genau so lassen wir das. Jetzt müssen wir das einfach nur genauso kaputt machen. Und, äh... Das wird mega, glaub mir. Ich hab da... Ich hab da eine geile, geile Idee. Ihr könnt mal in den Kommentaren auf jeden Fall schon mal schreiben, Freunde. Wo ihr meint, was sich noch ein bisschen ändern sollte. Was auf jeden Fall noch anders gemacht werden sollte. Weil ich persönlich finde das jetzt schon geisteskrank, geil. So. Natürlich nimmt sich das immer seine Zeit, Freunde. Ihr kennt das selber. Wer Pläne in Minecraft hat, der muss sie natürlich umsetzen. Und umsetzen bedeutet immer Zeit, Freunde. Es ist nicht einfach. Denn man kann nicht einfach irgendwie irgendwas machen. Sondern man muss arbeiten. Von nichts kommt nichts, Freunde. Das ist wie in der Schule. Wenn ihr nicht lernt, wenn ihr nicht ackert, dann bringt's euch auch nichts, ne? Ihr könnt nicht Sachen einfach so wissen. Sondern man muss was dafür tun. Und ich muss hier sehr, sehr viele Sachen kaputt hauen, damit ich hier eine scheiß U-Bahn-Station machen kann. Aber die U-Bahn-Station wird geisteskrank geil aussehen, Leute. So, ihr könnt, ihr wisst gar nicht, was euch da, äh... Die Jungs, ich frage mich, wie die darauf reagieren. Leute, ich hab jetzt ein bisschen V gespult für euch. Und ihr seht schon so ein bisschen den Aufbau dieser ganzen Station. Ihr seht, hier werden auf jeden Fall die Schienen sein. Das bedeutet, hier wird eine Schiene durchgehen, da rein. Hier wird eine Schiene durchgehen, da rein. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall das Ganze hier noch ein bisschen schöner machen. Denn ihr seht, diese ganzen Steine. Und hier, komm mal, das. Das sieht halt mega kacke aus. Und dafür natürlich würde ich auch sagen, gehen wir mal erstmal weg. Weil wir haben halt echt viele Sachen im Inventar, die wir gerade nicht brauchen. Und ich würde schon sagen, wir können halt natürlich auch ein bisschen mit der Deko anfangen. Und dann würde ich sagen, muss ich jetzt leider, und so scheiße das auch klingt, hier den Boden und alles andere auch noch sauber machen. Das wird natürlich jetzt auch ein bisschen dauern. Aber das geht ganz, ganz schnell fit. In der Zeit kann ich euch schon mal erklären, was mein Plan ist jetzt für die nächste Zeit. Wenn ich hier den Boden und alles andere, die Wand und Co. gemacht habe, werde ich natürlich links und rechts Schienen platzieren. Diese Schienen werden uns dann die Leute, die hier in dieser Stadt leben, von A bis Z bringen. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz einfach. Da muss niemand jetzt immer wieder mit dem Auto oder so sonstige Sachen einfach so schnell laufen. Und natürlich werde ich hier auch einen Eintritt reinballern. Das bedeutet, die Leute können hier nur rein, wenn sie Eintritt zahlen. Das heißt, ich werde eine Tür reinmachen mit einem Schalter und einem Kontrolleur. Das bedeutet, dass wenn hier jemand durchgeht ohne eine Fahrkarte, der hat ein Problem. Und jeder, der hier rein möchte, muss natürlich dementsprechend auch ein bisschen zahlen. Ich würde sagen, nicht viel, vielleicht 10 Dollar. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen real klingt. Alles andere natürlich ist zu teuer. Und ja, dann machen wir den Boden hier. Das wird hier so aussehen. Ja, den können wir ja jetzt theoretisch gesehen hier mitmachen. Floor, wo ist Floor, 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 Circle, Single, Line. Hier, Floor, 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 Bam. Das ist halt herrlich, ne? Das ist herrlich, dass man das so schnell machen kann damit. Oh, so, 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 alright. Und, oh mein, Hammer, Hammer, Hammermäßig, Hammermäßig. So, das geht gut, das geht gut, das geht gut. Jetzt machen wir das Ganze hier noch. Und dann haben wir auch schon den Boden. Leute, checkt ihr das. Den Boden haben wir. Wir werden jetzt erstmal hier paar... Oh nein, was ist hier? Wir werden erstmal ein paar Fakken platzieren. Damit wir gleich nicht irgendwelche Probleme haben. Ähm, jetzt können wir auch eigentlich mal hier schnell die Wand machen. Ich überlege halt gerade wirklich, dass wir hier den Boden einfach so lassen, wie der ist. Oder ob ich den wirklich weiß mache. Ähm, ihr könnt ja mal reinschreiben, was da eure Meinung ist. Ich persönlich finde, wir sollten schon das alles schön machen. Weil so würde das nicht so gut aussehen. Oder ihr könnt es ja mal reinschreiben. Dann weiß ich ja eure Meinung. Aber... Das geht auch schnell, Gott sei Dank. Dadurch, dass wir halt so schnell bauen können. Mit der Flow-and-Wall-System, da was wir haben. So, das hier. Das Abbauen ist halt eigentlich immer nur das Schlimme. So sieht das Ganze aus. Jetzt machen wir hier das noch hier schnell. Kurz, elegant. Ja, dann haben wir... Bam, bam. Und hier. So. Der auch noch weg. Und weiß rein. So, Leute, schaut mal. Das Ganze nimmt schon echt Form an. Also, ich sage ehrlich, das Ganze nimmt schon ganz, ganz geil Form an. Wenn diese ganzen Dinger hier auch jetzt Stein wären, würde ich, sage ich euch ehrlich, würde ich die gar nicht wegmachen. Aber da, da diese halt so kacke aussehen, müsste ich wahrscheinlich was dagegen tun. So. Das heißt hier, eins. So, immer mal wieder. Immer ein, zwei, drei, vier Blöcke. Und da wieder. Ein, zwei, drei, vier Blöcke. Und da wieder. Ein, zwei, drei, vier Blöcke. Und da wieder. Und da wieder. So. Jetzt nehmen wir uns hier das. Tack, 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 tack. So, Leute. Und da haben wir schon das. Komm, jetzt brauchen wir auch diese Facken nicht mehr, denn die sehen echt scheiße aus. So, jetzt müssen wir natürlich den Dach und die Wände machen, Freunde. Damit das auch wieder ein bisschen gut aussieht. Weil so, wie es denn gerade ist, finde ich es nicht geil. Und da würde ich sagen, machen wir hier auch an der Stelle einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute. Weiter geht's an dieser Stelle. Jetzt machen wir natürlich erstmal hier schnell die Treppe, Leute. Denn die stört mich schon die ganze Zeit. So. Bam. Bam, bam. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, ob das reichen wird. Aber ich glaube schon. So, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die machen wir jetzt auch noch hier fertig. Dann können wir hier ganz, ganz easy hoch- und runterlaufen. Ohne Sorgen, ohne Probleme. Das wird ganz schnell gehen. Okay, es reicht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und schaut mal. Bam. So sieht das Ganze schon aus. Ich finde es mega. Hier geht es runter. Guckt es euch an. Geil. Und da haben wir auch schon, sage ich mal, ähm, ja, den Anfang unserer U-Bahn. U-Bahn, U-Bahn, unserer U-Bahn. Unsere U-Bahn-Station. Jetzt werde ich hier noch links und rechts hier ein bisschen dieses Quarzen machen, ne? Dann, wir wollen ja natürlich nicht, dass der ein oder andere hier rüberläuft. Und, äh, wer weiß, sich verletzt oder sonstiges. Deshalb werden wir hier auf jeden Fall Quarzen packen. Ähm, so. Ich würde das Ganze sogar auch hier oben machen nochmal. Damit das so einen geilen Effekt hat. Ne, dass die Leute wissen. Alright, hier ist die Stelle, wo nicht weitergegangen werden darf. Ähm, und... So, machen wir das Ganze. Bam, 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 bam. So sieht das Ganze bis jetzt aus, Leute. Ich finde es mega. Ich sage euch, wie es ist. Ich finde es geisteskrank. Und wir werden auf jeden Fall jetzt auch noch kurz zu Ikea gehen. Denn wir brauchen natürlich ein paar dekorative Dinge auch noch hier. Äh, so wie... Oh, jetzt komme ich hier nicht mal hoch. Verdammt. Und da würde ich sagen, machen wir auch noch einen kleinen Cup. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde. Und willkommen wieder zurück, Leute. Es geht jetzt weiter. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen ausgebessert. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier noch so zwei Säulen hier mittendrin stehen, wo ich natürlich jetzt auch noch Bänke reinmache, Freunde. Denn wir wollen natürlich auch, dass die Leute, wenn sie hier sind, auch ein bisschen Sitzmöglichkeiten haben. So, guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Würde ich richtig geil feiern. Hier die Kombi rein, müssen auf ihren Zug warten. Oder, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das hier auch noch jetzt für sie fertig gemacht. Finde ich auf jeden Fall mega entspannt. Und, äh, ja. Das haben wir auf jeden Fall, dass sie hier warten können. Und jetzt habe ich halt auch noch die Idee gehabt, für die Main, beziehungsweise dadurch, dass ihr hier jetzt durch könnt, werde ich hier auf dem Boden, gucke mal ganz kurz, ob das funktioniert. Weil das würde mich voll interessieren, ob ich jetzt hier rauf, ähm, die Schienen platzieren kann. Geht das? Okay. Das, das war genau das Ding, was ich meinte. Das geht leider nicht. Deshalb müssen wir uns da was ganz anderes überlegen. Aber ich habe auch schon gedacht, wir nehmen auf jeden Fall hier das hier. Weil ich finde, das sieht wirklich am coolsten aus, wenn wir dann einfach hier Schienen platzieren. Weißt du, so? Ja, guck mal. Ja, Mann. Das finde ich sehr, sehr stark. So, eigentlich würde ich das auch gerne. Ich weiß gar nicht. Was ist eure Meinung? Soll ich das lieber weiter runter machen oder so? Ah, ne, ich finde so hat schon was cooles, oder? Ja, ja. Wir machen, wir lassen das so. Wir lassen das einfach mal so. So. Und hier geht's dann hier rein. So. Wir werden aber natürlich hier ganz, ganz viele Laternen platzieren. Denn wir haben gar keinen Bock für die, äh, dass hier gleich die einen oder anderen wie viel... Warte, eins, zwei, drei, vier. So. Dass hier gleich die nächsten, äh, ekligen Mobs kommen. Darauf habe ich gar keinen Nerv, bin ich euch ganz ehrlich. Und deshalb machen wir das Ganze jetzt auch schon fertig. Eins, zwei, drei, vier. Und da, eins, zwei, drei, vier. Und da. So. Genau so sieht das Ganze aus. Dann werde ich hier nochmal ganz kurz. Bababam. So. Dann werde ich hier jetzt ganz kurz... Ich überlege auch da Laternen zu machen. Aber eigentlich brauchen wir das Ganze gar nicht. So. Jetzt können wir hier die Schienen platzieren. Leute, ich finde das hat schon sowas cooles. Also, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich persönlich... Oh. Alright. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das war... Das ist ja richtig nice. Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen Stein wegmache, weil wir haben jetzt echt nicht mehr so viele Steine. Okay. Das mit den Laternen müssen wir uns anders überlegen. Egal. Ich lasse das erstmal so drinnen. So. Dann haben wir erstmal das hier fertig. Und werden jetzt auf der anderen Seite das natürlich auch machen. Ne. Also hier. So. Bam. Und hier auch genau das gleiche Prinzip. Okay. So. Und da haben wir auch schon, wie ihr seht... Guck mal, wie... Ey, Leute, das sieht so geil aus, ne? Ich sag euch ehrlich, das sieht schon so nice aus. Wir können jetzt auch schon hier zwei meinen Karten packen. Eines da hin. Oh, das ist halt auch perfekt, ne? Guck mal. Ja, Leute. Ey, ich sag euch ehrlich, ne, das ist so geil geworden. Ich find's schon mega. Ähm. Da haben wir eigentlich theoretisch gesehen schon erst fürs Erste haben wir. Alles fertig. Ähm. Wir müssen natürlich auch die Wege und so machen. Aber das würde ich dann in einem anderen Video machen. Ich weiß nicht, was sagt ihr, wie findet ihr ist es geworden? Ich persönlich finde echt, das ist einer der, äh, besten Arbeiten, die ich gemacht habe, muss ich echt sagen. Ich persönlich find's echt so geil. Also ich find's ist so gut geworden. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich find's so geil, Freunde. Ich find's, es sieht so schön aus hier drin. Mit jetzt auch noch diesen Schienen, mit dem Wartebereich, mit allem. Seid mal ehrlich, Leute. Wie findet ihr, ist die U-Bahn-Station geworden? Natürlich werden jetzt auch noch die Wege weitergemacht, Freunde. Denn wir wollen natürlich zu den ganzen anderen Stationen kommen, Freunde. Das heißt, wir brauchen mehrere solcher Stationen. Und ja. Schreibt's auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, Leute. Allein dafür gönnt ein Like, gönnt ein Abo, Freunde. Wenn ihr weitere Bauvideos wie diese haben wollt, und nicht nur RP, schreibt's jetzt auch rein. Würde mich sehr brennend interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut mir leid, falls es zwischendurch ein bisschen langweilig war. Ich persönlich hatte mega Spaß. Und ich sage, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Pass auf, ciao, fahrt, reine. Ciao.